Hey Engel, grüß dich! Von wegen bieder und langweilig, das geht ja gar nicht. Du, ne kleine Löwin, das gefällt mir gut. Enter. Naja, das verspricht ja spannend zu werden. Freu mich, ähm... Ton weg, oh Gott! Ja, wie auch immer, freu mich drüber. Pass auf dich auf, wir hören. Bis dann, Ton. Tschüss!